Finanzminister Christian Lindner plant den Ausbau bzw. überhaupt die Neugründung einer neuen Behörde in Deutschland. Ihr habt richtig gehört. Deutschland liegt finanziell und auch wirtschaftlich nahezu am Boden. Den Menschen geht es schlecht, zahlreiche Menschen sind in Kurzarbeit schrägstrich arbeitslos. Bürgergeldempfänger werden immer mehr. Aber unser geschätzter Finanzminister hat nichts anderes, nichts besseres zu tun, als den Aufbau von einem Finanzkriminalamt ab 2024 zu planen. Und damit moin zusammen, mein Name ist Olli, wenn du neu bist, gerne jetzt ein Abo dalassen. Wir sehen diesen Artikel einmal hier beim Handelsblatt, wie Christian Lindner härter gegen Geldwäscher vorgehen will. Der Finanzminister verstärkt den Kampf gegen die Geldwäsche. Ein neues Amt soll Kompetenzen und Kräfte bündeln und das Geldwäscheparadies Deutschland austrocknen, heißt es hier beim Handelsblatt. Die Welt hat ebenfalls darüber berichtet und gibt auch ein paar weitere Zahlen dazu an. Und wie es hier heißt, ab 2024 soll ein Finanzkriminalamt mit 1700 Beschäftigten aufgebaut werden. Auch Sanktionen und Terrorismusunterstützer sollen überwacht werden, heißt es hier. Und da geht es nämlich speziell um ein 236 Seiten starkes Dokument, das den verschiedenen Nachrichtenagenturen und auch dem Handelsblatt als erstes vorgelegen hat. Und das wird kosten. Nämlich für den Zeitraum 2024 bis 2027 ist mit Ausgaben von zusammen 711 Millionen Euro zu rechnen, wie es aus diesem Referentenentwurf hier heißt. Da müssen wir uns ja realistisch mal überlegen, ist das denn notwendig? Gibt es denn wirklich so viel Geldwäsche in Deutschland? Und angeblich ist Deutschland ein Geldwäscheparadies. Ich war vor ein paar Wochen bei meinem Steuerberater. Grüße Ihren Haus, wenn Sie das sehen an dieser Stelle. Und habe mich mit ihm gerade über diese Geldwäsche und Bargeldsituation auch unterhalten. Und er hatte eine für mich überraschende Einstellung. Denn er sagte, wenn man wirklich hingehen würde und würde in Deutschland das Bargeld abschaffen, wären wir tatsächlich in der Situation, dass man hingehen könnte und hätte keine Schwarzarbeit, kaum noch Geldwäsche etc. Und könnte dann hingehen und würde den Steuersatz für alle, egal ob Angestellter, Selbstständiger, Firma und sonst was, 20, vielleicht 25 Prozent machen. Und die steuerlichen Einnahmen wären dennoch höher, als sie aktuell sind. Eine ganz interessante, steile These, die ja auch verschiedene andere Experten im Internet oder auch in sonstigen Berichten usw. behaupten. Ob das wirklich wahr ist, das weiß ich nicht zu beurteilen. Da könnt ihr eure Vermutung mal in die Kommentare unten reinschreiben. Wir müssen uns aber mal ein paar Zahlen dazu dann angucken, um das ein bisschen einzuordnen. Denn es gibt bei Statista drei Statistiken, die ich rausgesucht habe für den Anfang. Das ist nämlich hier die Anzahl der polizeilich erfassten Fälle von Geldwäsche in Deutschland von 2011 bis 2022. Und es ist tatsächlich so, dass wir zumindest erwischt worden wurden jetzt viele. Wie hoch ist die Dunkelziffer? Sind das gefasste 10 Prozent? Sind das 100 Prozent? Man weiß es nicht. Das ist natürlich die Frage. Aber wir sehen, dass diese Zahl von denjenigen, die mit Geldwäsche in Deutschland erwischt wurden, massiv gestiegen ist. Nämlich ums Doppelte von 8.000 hier erstmal auf 14.000 im Jahr 2021 und 2022. Also gerade letztes Jahr ist das Ganze explodiert auf 22.000, die erwischt wurden. Da stellt sich natürlich erstmal direkt die Frage. Hat jetzt Frau Faeser so eine gute Arbeit als Innenministerin geleistet, dass mehr Polizisten vielleicht und Steuerfahnder auch aktiv waren, dass man die deswegen gefunden hat? Oder ist jetzt hier eine bessere Vorgehensweise gefunden worden, sodass man die gleiche Anzahl zwar hatte, aber jetzt mehr Leute dingfest gemacht hat? Das weiß ich nicht. Dann als nächsten Punkt. Anzahl der von Finanzbehörden gemeldeten Hinweise auf Geldwäsche in Deutschland von 2003 bis 2021. Weil hier ist nämlich die Anzahl nicht signifikant gestiegen, wie gerade eben. Also darauf kann man es nicht zurückschließen, auf die Finanzbehörden, die jetzt irgendwie besser da am Prüfen sind und am Gucken sind, wer da jetzt Quatsch gemacht hat oder sonst was. Weitere Statistik. Geschätztes weltweites Volumen, das fand ich ganz spannend, von Geldwäsche pro Jahr im Jahr 2022. Das maximale Volumen von Geldwäsche, hier Moneywell und Uno DC gemessen, in Milliarden US-Dollar, 1000 Milliarden US-Dollar und 2000 Milliarden US-Dollar. Auch ein Zufall, dass das jetzt so glatte Zahlen sind. Das sind ja nur Schätzwerte, die man hier so angeben kann. Aber das sind wirklich schon wahnsinnige Beträge. Und wenn man das Ganze realistisch sieht und sagt, okay, wenn wir jetzt diese Geldwäsche nicht hätten, sondern das würde jetzt ordentlich sauber versteuertes Geld sein und man hätte diese Probleme nicht mehr. Weil es fällt ja auch Schwarzarbeit beispielsweise, ob auf der Baustelle oder kommt irgendwie der Handwerker zu einem und du lässt das Bad nicht für 8000 Euro mit Steuer und Rechnung machen, sondern sagst, ja komm, bruch ich keine Rechnung, mach es mir für 5000. So, sowas kennt man ja, dass solche Gefälligkeiten da passieren, Schwarzarbeit und so weiter. Und diese 3000 Euro, die man dann eingespart hat, ja, das ist natürlich verlockend. Und man muss doch überlegen, warum machen das so viele Menschen? Ich bin ja felsenfest der Überzeugung, dass es natürlich diese Kriminellen gibt, aber die würde man im wenigsten damit finden oder ähnliches. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Das, wo auch diese Finanzbehörde dann in welche Richtung ermitteln würde, glaube ich nämlich genau, dass solche Personen, der normale durchschnittliche Bürger, der sagt, ja, nee, neues Bad für 8000 Euro kann ich mir nicht leisten. Aber gut, der Karl-Heinz, den kennen wir doch. Mensch, wenn der uns das macht, ist doch in Ordnung, der weiß, statt der gut wird, zahle ich da 5000 Euro. Passt, kriege ich hin. So nach dem Motto. Und man muss ja bedenken, jetzt kann man natürlich gut argumentieren, ja, aber der Staat und damit die Gesellschaft, also die ganzen allen Bürger, haben dadurch ja nichts an Steuereinnahmen. Also müssen wir alle mehr bezahlen, um den ganzen Laden hier am Laufen zu halten. Absolut richtig, korrekt, keine Frage. Was ist denn aber mit den Gütern, mit den Rohstoffen, wie zum Beispiel die Fliesen, der Fliesenkleber, das Benzin, damit er mit seinem Fahrzeug herkommt und dann solch eine Renovierung durchführt etc. pp. Das sind ja auch steuerliche Einnahmen, die entstehen. Und die würden ja gar nicht entstehen, wenn dann der Fritz sagt, nö, ich beauftragte den Karl-Heinz nicht, ist mit 8000 Euro zu teuer und er will halt nicht ohne Rechnung arbeiten, also Schwachsarbeit machen. Das muss man halt beides miteinander abwägen. Und ich bin fest der Bezeugung, wenn wir in Deutschland hingehen würden und würden die Steuern, zum Beispiel die Einkommenssteuer von den Angestellten, also sprich von jedem Menschen hier in Deutschland und auch die Unternehmenssteuern und auch die Steuern für Selbstständige etc. deutlich senken, hätte man mehr Geld im Portemonnaie und würde auch bereitwilliger wieder das Geld ausgeben. Der Markt reguliert sich immer selbst, wie man so schön sagt. Das ist wirklich wahr, davon bin ich überzeugt. Weil wir sehen ja gerade aktuell genau das Gegenteil. Wir haben mehr Ausgaben durch die Inflation, durch gestiegene Energiepreise etc. Und dadurch geben die Leute deutlich weniger aus. Und das ist der falsche Weg, um die Wirtschaft hier anzukurbeln. Wir sehen ja gerade, was daraus folgt. Aber überlegt auch mal, wie verzwickt, sagen wir es mal so, die Situation ist. Weil wir haben ja auf der einen Seite jetzt das Handwerkerbeispiel, habe ich ja gerade eben genannt. Und die Handwerker haben bekanntlich keine Lobby, wo es dann heißt, du gehst zu Handwerker X, der kostet 1000 Euro, du gehst zu Handwerker Y, der kostet ebenfalls 1000 Euro. So ist das ja bei Anwälten. Und die haben ja eine starke Lobby. Nur mal um diese jetzt einfach als Beispiel zu nehmen. Es gibt ja zahlreiche Berufe oder Berufsstände in Deutschland, die eine Lobby haben. Und wenn du jetzt aber hingehst und sagst, diesen Handwerker, wie gesagt, den kann ich mir jetzt einfach nicht mehr leisten. Hast du Pech gehabt. Wenn du aber auf Sachen angewiesen bist, wie beispielsweise ein Anwalt, weil dir jemand einen Brief schickt und will dich verklagen oder hast ein Problem beim Straßenverkehr oder sonst was gehabt. Zack, dann bist du darauf angewiesen, diesen hohen Preis, der durch eine Lobby erschaffen wurde, zu bezahlen. Ist das denn fair? Das passt doch hinten und vorne nicht zusammen. Nebenbei gesagt, Steuerberater sind ja auch solche Kandidaten, die bemessen an dem, was du an Umsatz hast, natürlich bezahlt werden. Und das finde ich immer wieder ganz unangenehm. Das passt meiner Meinung nach nicht zusammen, weil ich kann doch nicht für dieselbe Leistung, die ich bei dem Kandidaten X erbringe, beim Kandidaten Y mehr nehmen als andersrum. Das ist schon sehr, sehr krass. Also wir haben grundlegend hier massives Problem. Und wenn man sich überlegt, dass wir in diesem Jahr voraussichtlich ja eine Billion Steuereinnahmen in Euro haben werden, frage ich mich auch, wieso benötigt man denn jetzt weiterhin noch das hier? Werden diese Kosten noch weiter steigen, Herr Lindner? Sind das die Pläne, dass man noch weitere Ausgaben hat? Und vielleicht sollte man auch mal weiterhin über die Steuerverschwendung in Deutschland sprechen. Denn wenn man sich überlegt, was hier für Pharma-Deals per SMS, per Handy von diversen Kandidaten gemacht werden, oh, surprise, surprise, das hatten viele nicht auf dem Schirm, denn es ist ein ganz, ganz weites Thema. Oder auch Berateraffären, die es gegeben hat und zahlreiche andere Situationen, wo das Steuergeld rausgepfeffert wurde. Ich erinnere an die Pkw-Maut. Auch ein absolutes Desaster, wo der Bürger für aufkommt. Vielleicht sollte man hier auch über eine Politikerhaftung endlich mal nachdenken. Das sind alles Punkte, die werden nie irgendwie in Erwägung gezogen. Nein, es geht nur darum, okay, machen wir jetzt hier eine neue Finanzkriminellamt und dieses soll dann dafür zuständig sein, herauszufinden, wer jetzt hier vielleicht bei der Handwerkerrechnung ein bisschen betubt hat oder ähnliches. Darauf läuft es doch im Endeffekt wieder hinaus und das wissen wir alle. Oder sehe ich das falsch? Schreibt mal eure Meinungen rein, ich bin sehr gespannt drauf. Abonniert den Kanal, wenn ihr neu seid. Bis zum nächsten und ciao.